Drei Minuten, drei Mythen. Wir gehen heute drei Mythen zu Energiegemeinschaften auf dem Grund. Hallo und herzlich willkommen zu Drei Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhubom Partner, Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und Energierecht mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Energiegemeinschaften sind bekanntlich ein sehr präsentes Thema. Rund um die Energiegemeinschaften hat sich aber so mancher Mythos gebildet. Der erste Mythos, Energiegemeinschaften dürfen nicht auf finanziell Gewinn gerichtet sein. Das ist in dieser Form nicht richtig. Zwar liegt der Hauptzweck in wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialgemeinschaftlichen Vorteilen für die Mitglieder. Der Strom, der aber nicht in der Energiegemeinschaft verbraucht werden kann, darf aber auch am Strommarkt verkauft werden. Und das bis zu 50 Prozent. Das ergibt sich mittelbar aus den Beihilfevorschriften, denn bis zu 50 Prozent des nicht verbrauchten Stroms kann am freien Markt verkauft und Mittelmarktprämie gefördert werden. Der zweite Mythos, die Betriebs- und Verfügungsgewalt über eine Erzeugungsanlage, also zum Beispiel eine PV-Anlage, muss stets bei der Energiegemeinschaft liegen. Das ist im Grunde richtig, es gibt aber eine ganz wesentliche Ausnahme und zwar bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft. Dort ist es nämlich aufgrund des § 16c Absatz 1 möglich, dass ein sogenannter unabhängiger Erzeuger, also ein Produzent von Strom, der nicht von einem Lieferanten oder Versorger kontrolliert wird, direkt an einer Energiegemeinschaft teilnimmt. Das kann er auch gewerblich oder beruflich tun, sprich, im Wesentlichen kann er seinen Strom zu einem gewissen Preis der Energiegemeinschaft zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Betriebs- und Verfügungsgewalt an seiner Erzeugungsanlage beibehalten. Der dritte Mythos, dem ich mich jetzt widmen möchte, ist die Frage, kann ich mir aussuchen, wer an meiner Energiegemeinschaft teilnimmt. Mit anderen Worten, kann ich entscheiden, praktisch willkürlich, du kommst in meine Energiegemeinschaft und du musst draußen bleiben. Das ist in dieser Allgemeinheit nicht möglich. Das Gesetz kennt nämlich einen Offenheitsgrundsatz, der explizit bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft und bei der Bürgerenergiegemeinschaft festgelegt ist. Das heißt aber noch nicht, dass sozusagen jeder in meine Energiegemeinschaft drängen kann. Eine Abweisung aus nicht sachlichen Gründen ist aber unzulässig. Das heißt, ich sollte in meinen Statuten, in meinem Verein oder in meinem Gesellschaftervertrag stets vorsehen, dass eine Abweisung aus sachlichen Gründen möglich sein kann. Das heißt, ich sollte in meinen Statuten, in meinem Verein oder in meinem Verein,